ARD Text im Auftrag von Funk Was liegt hier? Eine Mac-10, ok Gucken wir mal, ich bin innocent Oh, ich kann mich bewegen Was bist du, Alex? Ich seh dich gar nicht, wo bist du? Alter! Wer schießt da? Ich glaube, ich bin tot Wer hat geschossen? Hier bringt einfach irgendwer mit Körper einen Würfel runter Aber wer hat eben Da hat einer mit einem MG geschossen, das habe ich gehört Ah ja, wir haben gewonnen Yeah Scheiß Traitor Okay So ganz ohne ist irgendwie langweilig Ja, kill mich doch noch Spaß die Wir machen die mal leise einfach You can't kill the zombie So Spawn wir neu Zwölf Sekunden noch Okay Gucken wir uns nochmal ein bisschen den Irgendwann an Ja, Escape Zurück zum Hauptmenü Option Ich will dieser Stuhl sein Ne, da ist hier der Typ drin Alter Der ist runtergefallen Okay Los geht's Wir haben noch 20 Sekunden, um rauszufinden Was wir werden Der geht weg Gucken wir mal, ob hier wieder eine Waffe liegt Yo, sogar die gleiche Okay, Alex Wo bist du? Lass mal zusammenlaufen Ah, da bist du Da bist du Hinter dir die Tür Komm, hier rein Da rein? Ne, geht nicht In den Shop rein Ich will nicht sterben Ich will nicht sofort sterben Bleib mit dem Shop Ja, okay Ich mach die Tür zu Ich mach die Tür zu Jo, okay Was bist du? Was bist du? Was bist du? Ich bin innocent Soll ich's dir glauben? Das letzte Mal hast du gesagt, du bist innocent und hast mich getötet Ich bin wirklich innocent Ich schwöre Ich schwöre Ich schwöre Ich schwöre Ich schwöre Dann warten wir jetzt einfach an der Tür und wer reinkommt, wird gekillt, okay? Du musst dir neben die Tür stellen Du hast nur eine Nahkampfwaffe Oder warte Ne, ich hab auch nur eine Nahkampfwaffe Ich hab nur eine Waffe Sonst hätte ich dir mal eine Sekundärwaffe gegeben Aber ich hab keine Lade Hallo Ich glaube, wir stellen uns jetzt einfach mal hier hin Weil wir haben keine Lust zu sterben Ich will nicht dauernd sterben Warte, Tür aufmachen Mach mal die Tür auf Da ist er Warte, dieser TK Jan TK Jan Ich glaube, das ist Der ist böse Nein, 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 nein Dieser Mann hat mich schüttet Das ist ein Schwirrl-Fagg Schau, schau, es ist ein Schwirrl Schau, er schüttet mich an Okay Ich habe immer rdm- und ich habe einen DNA-Scanner Nicht töten Okay, wir gehen und finden uns ein paar Jungs, die zu töten Okay, außer uns beiden leben nur noch zwei andere Cutest Kitty und Eco-Gamer Alex Die müssen wir töten, wahrscheinlich Oder mindestens einen von denen Ich habe den Krak-In Okay, hier ist eine Shotgun-Munition Ich glaub mir nichts Hat jemand den Smoke geworfen, ne? Alex, komm mal mit hier hoch Was? Ich kann nicht springen, doch Ich kann, warte Ach, so Komm hier hoch Hier oben an dem Fenster Lol, ich bug voll rum Alter, ich bug voll rum Ich, irgendwie Ich weiß es nicht Willkommen in der Django What the fuck Kann ich mal aufhören? Alter, irgendwann reicht's auch mal Äh Okay, ich bin weg Nein 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 No, das funktioniert Funktioniert, aber nicht Okay, lass mich versuchen Ich kann mich nicht mehr runter Geh runter, wirklich so Schieb mich mal weg oder so Du musst mit der Leertaste wegspringen Wegspringen, Leertaste Oh, okay Oh, da ist ein Feind, glaub ich Guck mal, dieser Kiotis Kitty Warte, ich will ihm erstmal eine Waffe holen Ist hier eine Waffe? Hier, nein, der hab ich mich schon geholt, da Wir sind gut hier, Bro Up here Wir sind gut, yo, Leute Ich habe eine nahe, kam die Waffe Okay Warte, wir sollen zu ihm Sagt er Wieder durch Alter, wie ich rum bugge Nein Aua, das hat mich die Hälfte meiner AP gekostet Ja Guck mal weg da, Alex Guck mal weg da, Alex Du ich Haha, Alex, geh mal weg da Okay Warte Relax Relax M her Hey, M Ich habe keinen Bock mehr da drauf Let's have a smoke party Let's have a smoke party Ja, außer ich Weil ich nicht hochkomme Nein, 15 HP, ich bin zwei Mal runtergefallen Ja, woher weiß ich, welcher wer ist Oh mein Gott Äh, töte cute ist Kitty und Eco-Gamer, Alex Der andere kommt gut rüber Soll ich die beide töten? Ja Nein Nicht grundlos Weiß ich nicht Töte irgendwen, der du meinst, der schuld ist an irgendwas Warte, ich bin jetzt hier Ich bin jetzt auch in deinem Gebäude Ich bin jetzt hier in so einer Hotel oder was auch immer das sein soll Hey, ne Rauchgranate 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 Ja, meine Hallo Achso, ich hab schon eine Hier, komm mal runter Ach, Alex Du hast ne MG, ja genau Okay, komm Hier oben sind die Hier oben Leertaste, ne Wenn du oben bist Bin ich Bin ich Ja, aber irgendwie blockt der Typ mich Der blockt mich Lass ihn mal töten, weil er blockt Das ist ein Grund wie du Nein, das ist nicht Das ist, Alter Lass mich durch Alex, ich komm hier nicht raus Ich komm hier nicht raus Der blockt mich Du hast eine Glare-Taste, wenn du unten bist Dann gehen wir woanders rum Ja, nee, weiß nicht Wen töten wir? Ich wache noch eine Rauchgranate hoch Oh, lol, Eco-Gamer Sehr gut Hallo Kiriti ist eh schon, warum ist der verwundet? Lol, der blockt mich Der blockt mich Da steht direkt auf Soll ich ihn töten? Der Tee beutelt mich Soll ich ihn töten? Weiß ich nicht Jetzt raus Wow, der Sniper Der Sniper Lol Lol, das waren alles Traitor Warte Wer war Traitor? Ja Alex Du warst kein Traitor Nein Das heißt, die anderen drei waren alle Traitor? Wow Wo soll ich das wissen denn? Alter, der war voll Der hat voll so rübergekommen, als wäre der keiner Hä? Soll ich jetzt nicht eine neue Runde mehr gehen? Ja! Round over, unten links Zwei Sekunden Siehst du nicht? Ah ja Und los geht's Und los geht's So, äh Los, lass mich laufen Doch, jetzt geht's Gebt mir eine Knarre Gebt mir eine Knarre Ja, wenn mich noch so komischen Magnetostick Was macht der genau? Du hast mich damit einmal aus der Wand gezogen Und sonst? Klar, möchtest du mir meine Runde verbreiten? Ich werde meine Runde verbreiten für dich Das macht dich besser als ein Mann Oh, keine Ahnung, ne? Wo bist du, Talgo? Da bist du Ja, hier, da wo ich vorletzten Also vorhin eben gerade runtergefallen bin Dauernd Komm schon, Talgo, du schaffst das Nein, tu ich nicht Irgendwie Okay, doch Geht doch I have a crowbar and smoke grenade Und Noo Bist du runtergefallen? Nein Aber fast, ne? Ja, komm, komm Alex, wo hast du eben das MG her gehabt? Da hinten in der Ecke Da irgendwo Da irgendwo Da Ich hab's hier gefunden Da ist aber keins Das ist Kitty Ich hab irgendwie das Gefühl, dass der wieder Traitor ist Ja, okay, sollen wir ihn töten Du bist Detective? Töte mich Oh ja, bin ich Lol Ha, der ist runtergefallen Ha, der ist runtergefallen Keine Ahnung 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 Hehehehe Okay, warte Ja, was bist denn du? Traitor oder innocent? Ich bin innocent Kannst du mich irgendwie testen während ich lebe? Guck mal ob du E drücken kannst oder irgendwas Ne? Nö Schade Schade Ne, du hast nur gesagt, dass du glaubst, dass der andere auch wieder einer ist Also hab ich dem mal irgendwie 80 oder 90 HP abgezogen gerade Ich weiß nicht nett, aber Hallo Lass es mal da runter Ich brauche ne bessere Waffe Zum Beispiel diese Pistole hier Oh, okay Komm mal hier raus Hier sind Waffen Ich hab ne Rauchgranate Hier, komm mal her Wenn du ne Sekundär, äh Primärwaffe brauchst Alex Wo bist du? Da Komm mal her Geh raus Alex Nein Hä? Komm mal wieder ins Hotelzimmer Ja, genau Und jetzt hier durch Hier liegt der Primärwaffe für dich Oh, du hast ja schon ne Mac Ach sooo Ach soo Du hast schon eine Dann müssen wir mal ein bisschen gucken Irgendwern muss doch hier Feind sein So Wir legen hier schon irgendwelche Leichen Hier liegt ne Granate für dich Ich hab ne Smoke Alter, einer schießt mich mit der Shotgun ab Asian Force Asian Force Asian Force ist ein Killer Äh, ist ein Traitor hier Okay Hörte den Äh, Asian Face Äh, Asian Face, nicht Force Sorry Äh, der ist Kommt hoch zu dir Kommt hoch zu dir Der kommt hoch Ja, der, 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 der Ja, der, genau der Kill ihn Hast du ihn? Ja Hast du ihn? Ja Okay, dann Durchsuch ihn Ja Ja, siehste Sehr gut Ah Was? Der hat sich glaub... Hat der gerade eben sich selber in die Luft gejagt und dich damit gekillt? Ja Hat er Alter Alter Scheiße Okay, ich würd sagen eine Runde noch Und das war's dann wieder für die Oh, ne Es war bei einem Level Okay, gut, dann sehen wir uns nach dem Ladowild schon Bis gleich So, dann sind wir wieder Oh, was gibt's hier für ne Waffe? Ne Mac-10 direkt, ohne Pistol Okay, Mac-10 Alter, gibt's hier viele Waffen Gibt's hier auch gute Waffen? Äh, ja Das MG Zum Beispiel Hallo, ich möchte nicht diese, diese Mac-10 Ich möchte die Was, was ist das denn hier für ne Map? Ist das Labyrinth? Labyrinth? Im Ernst? Was ist eine Incendie... Oh, ich glaub's ne Flash Äh, ich glaub... Das ist doch hier einfach so... Das ist ein Trainingslager Äh, Band Squirrel... Ich weiß es nicht, warum sollen wir den banden? Loser will not be banned Ja, Alex, kommst du mit? Ja, wir banden hier niemanden Und wo du bist? Äh, ich bin noch an diesem Haus am Anfang... Squirrel ist ein Traitor Okay, der ist tot, Squirrel ist tot Das bist du nicht? Ne, hä? Alex, wo bist du? Warte, äh, warte... Ich such dich grad im ganzen Haufen... Ich werd einfach stehen Du bist Kitty... Äh... Bist du? Wo bist du bloß? Ich bin tot, ich war Traitor Und da waren ungefähr 10 Leute, die keine Traitor waren Alter Es gibt nur so 2-3 Traitor Ja, aber der eine wurde direkt getötet, weil der immer getötet wird Und der... Der andere war ich Und das war nicht so hammergeil, weil da standen irgendwie so 8 Leute Ich hab die dann zwar versucht zu flashen, aber das hat irgendwie nix gebracht Nein Ja, da seht ihr hier irgendwie... Verasono-Gaming Ahhh! Waren du gegen die Scheiße-Fatoren zu retten? Was hab ich da gehört? Waren du denn? Waren du? Was hast du denn? Diese Runde ist eh vorbei Ja, noch eine Runde So, Waffe, 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 geh weg da Waaaah! Waffe Ich habe Heidemut Waren überall Waffen nå? Waffe! Ich hab schön viel Munition Uh... Alex, komm mit zu mir Ich weiß zwar nicht, wo du bist, aber Ich hab ne Sniper! Ich hab ne Sniper! Wo bist du? Ich komm zu dir! Weiß es nicht. Toivo? Machst du das? Toivo! Ich bin bei der Rauchgranne. Okay komm komm mit hier rein. Ich hab ne Sniper. Ne Riffle. Ne Scout. Oder wie die heißen. Scout Riffle. Wow! Squirrel. Squirrel ist bestimmt böse. Weiß es nicht. Hier liegt die MG. Nimm lieber das MG oder das besser als ein Scout. Scout macht voll wenig Schaden außer Headshots. Oder nimm die hier die M16. M16 ist präzise halt. Macht auch gut Schaden. Dafür hast du kleinere Magazine. Wie viel Munition hast du? Reichts? Joa. Locker. 20 Kugeln glaub ich oder sowas. Okay egal. Ich hab auch ne Deagle. Kommst du mit? Was bist du eigentlich? Innocent. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja! Okay. Wow. Ja. Oh mein Gott. Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher was wir machen sollen. Hä? Du kannst ja reinzoomen mit Rechtsklick. Ja. WTF? Das geht eigentlich gar nicht. Ja. Kann man da einstellen. Ja nein. Im normalen Counter-Strike oder sowas geht das nicht. Ja von denen ist denn jetzt hier... Alter was die... Ich weiß es nicht. Aber dieser TK... Warte. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der da ja der da. TK-Ginn. Kill den mal. Jetzt nimm doch meinen Körper. Töte mal diesen TK-Ginn bitte. Kill den doch mal Alex. Ich weiß es nicht. Ich kann jemanden immer schicken. Er ist tot. Ich weiß aber nicht ob das der Richtige war. Weiß nicht. Ich hab einfach einen Hatschut gegeben. Ja. Ja. Immerhin. Warte wir sind beide Missing in Action. Drei Leute sind Missing in Action. Er muss jetzt als Detective vorbeikommen und gucken. Was? Wer war denn jetzt richtig? Ich weiß es nicht. Noch lebt ja irgendein Traitor lebt er noch. Und irgendwelche Unschuldigen auch. Da liegt ne Bombe. Guck mal da einer hat ne Bombe. Oh! Der töntet mich! Nein! Ich bin auf dem Magnex. Ich bin auf dem Magnex-Stuff gewechselt. Alex hier liegt ne Bombe. Hier liegt C4. Dieser Joseph hat C4 gelegt. Dieser fast tote Joseph Alex lebst du? Ich bin tot. Achso. Okay. Der Traitor hat mich getötet. Alex guck mal in diesem Gebäude da ist C4 gelegt worden. Oh. Und der hat die eingesperrt. Der hat die eingesperrt und hat dann C4 gelegt. Alter ist das geil. Und der hat noch wie lange? 11 Sekunden. Alter entweder der entschärftet oder ich bin tot. Ohne Witz. Oh der hat's auch gemacht. Der hat sich hier die Luft gesprengt mit C4. Jetzt brennt ja alles. Oh Junge, Junge, Junge. Oh mein Gott. Okay, die Instants haben gewonnen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal bei der nächsten Runde. Trouble in Terrorist Town mit mir. Torp. Und dem Deshock. Schaut auch mal bei ihm vorbei. Und schaut auch mal vielleicht in andere Projekte. Das wäre cool. Bis dahin. Ciao. Ciao.